Gott hat dich berufen, ein Krieger zu sein. Und das ist eine coole Sache. Spirit Life Episodes sind kurze prophetische Impulse, die dir helfen, ein übernatürliches Leben mit Gott zu entdecken. Gemeinsam können wir ihm im Alltag begegnen. Gott hat dich berufen, ein Krieger zu sein. Du bist dir vielleicht nicht so ganz sicher, ob du das wirklich eine coole Sache findest. Aber ich empfinde, es wird einfach Zeit, dass wir anfangen, auch das Coole daran zu entdecken und die Schönheit, die er darin legt. In Epheser 6 finden wir die Waffenrüstung beschrieben, von der Paulus sagt, dass wir sie anziehen sollen. Vielleicht hast du es schon mal gelesen, wenn nicht, empfehle ich dir das mal, dir einfach mal Zeit zu nehmen, dich da mal reinzulesen. Aber das steht auf jeden Fall, nimm die ganze Waffenrüstung Gottes oder zieh die ganze Waffenrüstung an. Und dann wird Schritt für Schritt aufgelistet, was zu dieser Waffenrüstung gehört. Da gehört ein Helm dazu und ein Brustpanzer und all diese Dinge. Und was mir mal auffiel, ist, dass da lediglich da steht, wir sollen sie anziehen. Aber nirgendwo steht etwas davon, dass wir sie wieder ausziehen sollen, richtig? Und am Anfang des Jahres hat einer meiner Mentoren etwas gesagt, was mir echt hängen geblieben ist, was mich beschäftigt hat. Sie hat gesagt, in den vergangenen Jahren haben wir als Gläubige, als Christen immer mehr gelernt, wirklich immer mal die Waffenrüstung anzuziehen. Aber dass sie empfindet, dass wir in diesem Jahr lernen werden, die Waffenrüstung auch anzubehalten. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was? Aber sie hat so recht. Ja, wie oft ist es nicht so, dass wir anfangen, ich sag mal, Kampf zu bekommen, irgendwie Schwierigkeiten zu haben, Gott zu brauchen. Und dann laufen wir los und suchen unsere Sachen zusammen, bildlich gesprochen. Ich weiß aus der Erfahrung und den Geschichten und den Berichten von vielen Menschen, dass genau das der Fall ist. Und der Punkt ist einfach, in dem Moment, wo wir eigentlich bereit sein müssten, sind wir dann nicht bereit, sondern wir fangen dann erst an, uns vorzubereiten. Und die ganze Situation entwickelt sich nicht so, wie sie könnte. Ja, aber ein Soldat, ein Kämpfer, ein Krieger, der sich im Krieg befindet, der sich im Einsatz befindet, der ist quasi allzeit bereit. Ja, der schläft in Kriegszeiten sogar mit seinen Waffen und in seiner Rüstung, weil er genau weiß, ey, wenn es hart auf hart kommt, habe ich gar keine Zeit, mich anzuziehen oder meine Waffen zu suchen. Und ich muss bereit sein, selbst in dem Moment, wo ich schlafe. Und dieses Bild ist so eindrücklich für mich geworden, dass ich wirklich empfinde, dass es ein Ruf ist, in unserer Zeit von Gott an seine Leute, an seine Kinder, an seine Söhne und Töchter sich zu formieren. Wirklich zu einer Armee. Nicht, weil der große, ultimative Krieg auf uns wartet. Jesus hat am Kreuz bereits den Sieg errungen. Aber wir wissen auch, dass dieses Leben Kampf bedeutet, dass wir in geistliche Kämpfe verwickelt sind. Wir sind da niemals in Gefahr, wirklich zu scheitern, eben weil Jesus schon gesiegt hat. Aber wir sind, wir haben unseren Teil daran. Und es ist unser Job, wirklich gerüstet zu sein, unserer Position, unserem Stand in Jesus bewusst zu sein und mit all diesen Dingen ausgerüstet zu sein, die uns helfen, dann wirklich siegreich und erfolgreich zu leben. Und deswegen, ja, du bist berufen zum Krieger. Du bist berufen, wirklich gerüstet und bereit zu sein. Und wo ich dich heute einfach einladen möchte, ist, dass du anfängst, dich selber als Krieger zu sehen. Ich weiß, dass viele Menschen da keinen Bock drauf haben und so vielleicht auch du nicht. Und vielleicht ähnelt dein Verhalten eher dem, dich aus Krieg rauszuhalten, zu versuchen, passiv zu bleiben. Aber das funktioniert nicht länger. Um uns herum herrscht Krieg. In der unsichtbaren Welt herum herrscht Krieg. Die Engel sind ständig unterwegs, auch in unserem Leben, um den Kampf für uns zu kämpfen. Aber auch wir müssen unsere Position einnehmen und mit Gott zusammenarbeiten, mit den Engeln zusammenarbeiten in diesem Kampf, für den wir bestimmt sind. Okay, ein Teil deiner Identität ist wirklich ein Krieger zu sein. Und wenn du anfängst, dich selber so zu sehen, und da lade ich dich wirklich einfach an, buchstäblich in deiner Vorstellungskraft ein Bild von dir selber zu entwickeln. Mit Rüstung. Fang an, Gott zu bitten, dir deine Rüstung zu zeigen. Dich selber lernen, im Geist so zu sehen, als ein Krieger Gottes. Denn das bist du. Du trägst Jesus in dir. Der Heilige Geist stellt dir seine Kraft zur Verfügung. Und wir haben Waffen, wir haben eine Rüstung. Und wenn wir all diese Dinge beherzigen, dann geht es uns gut. Dann sind wir stark und dann sind wir auf der Seite des Siegers. Das ist Jesus. Okay, also sei ermutigt. Du bist ein Krieger. Du bist zum Krieger berufen. Und der Schlüssel, das für dich aufzuschließen, ist wirklich, dass du anfängst, dich selber als ein Krieger zu sehen. Ein Krieger Ein Krieger Untertitelung des ZDF, 2020